Guten Tag, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir haben Ihnen ja versprochen, dass wir Ihnen täglich ein aktuelles Update zu Corona geben. Heute können wir Ihnen berichten, dass unsere Fieberambulanzen sowohl in Main wie auch in Koblenz sehr gut laufen, dass es dort sehr geregelt zugeht und alle, die dort hinkommen und einen Bedarf haben, also sprich entweder selber in einem Risikogebiet waren oder mit einer positiv getesteten Person in Kontakt waren und selbst Symptome entwickelt haben, heute dort auch getestet werden können. Wir sind froh, dass dieses Angebot so angenommen wird, weil es deutlich unsere Kliniken und unsere Arztpraxen entlastet. Das führt mich natürlich direkt zum nächsten Schritt. Ich appelliere weiterhin an Sie, seien Sie vorsichtig in Ihren sozialen Kontakten. Reduzieren Sie sie so weit wie möglich, denn wir brauchen Ihre Mithilfe, um die Verbreitungsgeschwindigkeit zu reduzieren. Das hilft uns allen, die Situation möglichst schnell und möglichst gut zu überwinden. Von daher wirklich die herzliche Bitte, sowohl von unserem Oberbürgermeister David Langner, von dem ich Sie auch heute herzlich grüßen darf, und von mir, seien Sie vorsichtig für sich selbst, aber auch für die Menschen, die es besonders bedürfen. Um die aktuelle Situation weiter planen und organisieren zu können, werden wir auch heute wieder eine neue Anordnung herausgeben. Wir passen unsere Anordnung damit den Empfehlungen der Bundes- und der Landesregierung an. Es wird von Tag zu Tag Veränderungen geben, das ist so in einer dynamischen Lage. Das tun wir, um für Sie die großmögliche Sicherheit und Versorgung sicherzustellen. Von daher kann ich nur sagen, jeder kann helfen durch sein Verhalten, aber natürlich auch dadurch, dass er unsere Arbeit unterstützt. Wir haben aktuell gemeinsam mit dem Kreis Main Koblenz einen Aufruf gestartet und bitten alle, die eine medizinische Vorbildung haben und die uns helfen können, dass Sie sich bitte bei uns über eine E-Mail-Adresse melden. Die finden Sie sowohl auf der Homepage der Stadt Koblenz wie auch auf der Homepage des Kreises. Wenn es möglich ist, melden Sie sich und unterstützen Sie uns in unserer Arbeit. Uns allen wünsche ich, dass wir die Situation weiterhin so gut meistern, wie das bisher gelungen ist. Unsere Vorbereitungen sind gut, unser Handeln bisher ebenso. Von daher helfen Sie bitte mit, seien Sie vorsichtig für sich und für andere und da bin ich mir ganz sicher, dass wir gemeinsam am Ende dieser Situation sagen können, wir haben zusammengehalten, es hat sich gelohnt, wir haben alles gut überstanden. Herzlichen Dank.